Vocal Chain der Woche. Die heutige Effektkette habe ich gebaut für House und EDM Vocals. Los geht's! Hallo, ich bin Martin und wenn du neu hier bist, auf diesem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro X. Bevor wir gleich loslegen, wenn es ums Thema Vocal Produktion geht, bekomme ich die meisten Fragen zum Thema EQ Bearbeitung für Vocals. Da haben offensichtlich die meisten Probleme und deswegen habe ich ein PDF vorbereitet, das habe ich dir im ersten Kommentar angepinnt. Da erkläre ich dir, wie du in 5 Schritten den Equalizer für deine Vocals perfekt einstellst. Jetzt aber zu der Vocal Chain für heute. Die Effektkette ist sehr komplex, deswegen labere ich jetzt gar nicht groß rum, sondern wir hören direkt rein. Und ich zeige dir dann genau, welche Plugins ich benutzt habe und welche Automation ich gemacht habe und so weiter. Also hören wir mal rein. Okay, ist sofort klar, um was es geht. Ist hier so eine Deep House oder House Produktion und die Vocals habe ich zusammengeschnipselt aus Loops ganz einfach. Ich möchte dir jetzt aber gar nicht den Song komplett zeigen, sondern spannend wird es hier hauptsächlich bei dem Interlude oder bei dem Breakdown Teil. Deswegen hören wir mal da rein und dann kannst du schon mal so ein bisschen reinhören, was ich da alles gemacht habe. Das war's. Okay, und so weiter und so fort. Also hier ist einiges los an Plugins, an Automation, an Effekten. Deswegen muss ich jetzt wirklich Gas geben, dass wir hier auch durchkommen. Also schauen wir uns mal an, was hier alles passiert ist. Gehen wir zunächst mal normal in die Effektkette hier rein. Das ist der Kanalzug für die Vocals. Oder wir können es auch im Mixer vielleicht anschauen. Das ist einfacher. Und zwar machen wir das so. Genau, wir fangen von vorne an. Auf Einzelne habe ich schon geschalten. Das erste Plugin, oder ich schalte mal alle Plugins ab. Genau, fangen wir so an. Also wie immer. Das erste Plugin ist Deep Breath. Das ist ein Plugin, das mir automatisch die Atmer entfernt, weil sie sehr laute Atmer hat. Also Deep Breath von Waves. Und das macht mir automatisch die Atmer raus. Also normalerweise setze ich dieses Plugin ein. Dann bounce ich die Spur als neue Spur runter, weil es nämlich manchmal rumzickt. Und dann bearbeite ich erst danach die Vocals weiter. Ich habe es jetzt nur deswegen so gemacht oder gelassen, damit du nachher siehst, was ich hier in der Audiospur zusammengeschnipselt habe. Okay, danach habe ich den Tube EQ eingesetzt, den ich in letzter Zeit sehr, sehr oft einsetze, um die Vocals einfach ein bisschen in den Höhen noch ein bisschen anzuheben und insgesamt besser zu machen. Ich habe auch ein bisschen was rausgezogen hier und einen Low Cut Filter gesetzt. Das hören wir uns gleich an. Und danach habe ich Waves Vintage Oral Exciter eingesetzt. Das ist ein Harmonic Exciter, der dem Signal Obertöne hinzufügt, die gar nicht da sind. Das ist jetzt für diesen Bereich EDM Vocals sehr spannend, weil die Vocals gerade in diesem Bereich sehr, sehr luftig sind. Also hören wir uns mal an, was diese beiden Plugins hier machen. Harmonic Enhancer und EQ. Ich gehe mal einfach vorne rein. Ups, hier. Also sehr starke Anhebung im Höhenbereich. Ich habe hier genau bei 16 Kilohertz angehoben und dann noch den FX Vintage Oral Exciter mit dazu geschaltet. Aber das hört sich jetzt schon ein bisschen heftig an, aber im Gesamtmix nachher klingt es gut. Und es ist einfach in diesem Bereich auch üblich, das so zu machen. Oder das hört man zumindest sehr oft. Dann ganz normal einen Kompressor zugeschaltet. In diesem Fall habe ich keine serielle Kompression gemacht, was eigentlich auch oft gemacht wird in diesem Bereich, um die, nicht nur in diesem Genre, sondern auch in vielen anderen inzwischen, um die Vocals noch mehr up front zu bringen, also nach vorne. Allerdings habe ich die Vermutung, dass die Samples, die ich hier benutzt habe, ich habe die starke Vermutung, dass die schon leicht komprimiert geworden sind. Und deswegen habe ich nur einen Kompressor eingesetzt, den LA2A oder die Emulation davon. Und das hat auch schon gereicht dafür. Der färbt die Stimme sehr, sehr schön. Ein noch ein bisschen mit seiner typischen Koloration. Und das klingt schon ganz gut. Der D-Esser ist von der Hofer, den habe ich auch schon öfter erklärt. Ich komme einfach mit dem Stock-D-Esser von Logic nicht zurecht. Und dieser D-Esser hier arbeitet über Spracherkennung. Und deswegen macht er einfach diese, wenn er S-Laute erkennt, macht er die leiser und komprimiert sie nicht. Und das funktioniert speziell bei Sängerinnen und Sängern, die eine sehr starke Explosiv-Laute, vor allem S-Laute, Zischel-Laute produzieren, funktioniert der wirklich richtig gut, der Hofer IQ-D-Esser. Gehen wir mal weiter zu den Effekten. Ich habe hier eingesetzt. Mal anschauen, was ist das hier? Bus 2. Ah ja. Jetzt habe ich versucht, im nächsten Schritt die Stimme etwas künstlicher zu machen. Auch das wird in diesem Bereich sehr, sehr gerne gemacht. Dazu habe ich eingesetzt zwei Plugins. Einmal ist das der Scanner-Vibrator von Logic selber. Das ist eine, ja, eine Vibrato-Chorus-Einheit von einer Hammond-Orgel. Und das ist, da arbeite ich in letzter Zeit öfter damit, weil ich habe mal gesehen, dass das einer gemacht hat. Und ich finde es richtig cool, auf Vocals einzusetzen. Das ist ein richtig guter Effekt. Und das hier ist auch eine Modulations-Einheit-Ensemble von Logic selber, um die, damit kann ich die Vocals breiter ziehen. So ähnlich wie der Vocal-Doubler von Isotope, der gerade nicht funktioniert im neuen Logic-Update 10.5. Deswegen bin ich auf meine eigenen Plugins zurückgekommen. Und jetzt schalte ich die beiden mal zu. I wanna feel the rush. I wanna feel the rush. Don't let me out on the floor. Can't hold back anymore. We came here to party. And there ain't no stopping us. There ain't no stopping us. There ain't no stopping us. Also das funktioniert auch sehr gut, weil es auch künstlich generierte Halls sind, das Chroma Reverb von Logic selber hier. Und das unterstützt noch ein bisschen so den künstlichen Charakter von der Stimme hier. Dann gehen wir weiter auf Bus 4. Der Space-Designer ist einfach, um ihr mehr Tiefe zu geben mit einem längeren Hall. Sehr, sehr langer Hall wird auch beim Schlager gern so eingesetzt übrigens. Und den habe ich jetzt nicht geduckt. Manchmal duckt man den, damit die Worte nicht zu sehr im Hall verschwimmen. Das heißt, der Hall wird runtergedrückt, wenn die Vocals singen. Habe ich hier aber nicht gemacht, weil ich es nicht für nötig empfunden habe. Also man muss nicht immer ducken oder Sidechain-Compression einsetzen auf den Hall. Es hat mich jetzt hier nicht gestört. Und ich habe ihn auch sehr weit nach hinten gemischt. Und der hat ganz gut geklungen dann. Weiter geht es mit einem Tape-Delay. Das ist Bus 5. Hier. Das habe ich eingesetzt und automatisiert. Das erklingt nicht immer. Und zwar ist das ein Mono-Delay. Das habe ich gemacht, um sie in die Tiefe zu bringen. Also das Delay schwappt nicht hin und her. Und ich habe es auch nicht gepannt, sondern es bleibt gerade, siehst du hier, in der Mono-Mitte. Und mir geht es nur darum, sie in die Tiefe zu bringen. Das ist sehr auffällig, das Delay hier. Ich habe es aber automatisiert. Das heißt, es erklingt nicht immer. Na, Spiel, Sing. Klingt schon jetzt an der Grenze wirklich zum schwammig sein. Aber in diesem Genre und übrigens auch im Pop, äh im Schlager, wird sowas sehr, sehr gern gemacht. Gehen wir mal in die Automationsansicht und gehen in das Delay 2. Das ist ein Tap-Delay. Okay, das habe ich automatisiert und das habe ich auch wieder automatisch eingestellt. Also bei einem Tap-Delay kannst du die Delays selber eingeben. Das heißt, du kannst nicht nur Viertel, Achtel, Sechzehntel einstellen, sondern du kannst wesentlich komplexere Delay-Fahnen eingeben. Und das habe ich hier auch manuell gemacht. Ich blende nachher nochmal ein Tutorial für diesen, falls du in Logic arbeitest, für diesen Delay-Designer ein. Da habe ich den genauer erklärt, weil das würde jetzt zu lange dauern, den genauer zu erklären. Ich habe den automatisiert, der ist gebypassed und geht nur auf manche Wörter an. Dieses Delay ist jetzt nicht Mono, sondern Stereo. Und hier kannst du verschiedene Sachen einzeigen. Also ich habe hier einen Cut-Off gemacht. Das heißt, der Cut-Off, es wird dumpfer zum Ende hin, je mehr Wiederholungen kommen. Ich habe es, transponiert habe ich es in dem Fall nicht. Ich habe es gepannt, links, rechts, hin und her wabern lassen, wie ich wollte. Und ich habe es dann nach hinten auch leiser werden lassen. Also so kannst du mit so einem Delay, mit so einem Tap-Delay arbeiten. Das ist sehr versatil und du kannst die Delay-Fahne sehr individuell einstellen, so wie du möchtest. Schauen wir uns aber jetzt nochmal die Automation an, weil hier geht noch einiges mehr. Ich mache mal den Mixer aus und schauen wir uns mal diesen Effekt hier an. Und das ist genau dieser. Hören wir da mal Solo rein. Okay, das habe ich mit dem Quick-Sampler gemacht. Du siehst hier, dieses Stück hier, diesen Schnipsel hier, den habe ich einfach gesampelt. Das ist der hier. Ja, hier ist der Sampler. Jetzt habe ich mein MIDI-Keyboard nicht angeschlossen. Ich kann ihn jetzt leider nicht abspielen. Aber ich kann ihn hier über die Tastatur einfach bedienen. Das ist dieser Songs-Schnipsel hier. Das, 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 das. Genau, Lies. Was singen sie da Lies? Obwohl sie eigentlich laut ist. Nein. Aber diesen Schnipsel habe ich gesampelt. Und den kann ich dann anspielen über mein MIDI-Keyboard. Und ich habe jetzt hier gar nichts groß gepitcht, sondern der Quick-Sampler verteilt mir das ja gleich über die Tastatur. Und deswegen habe ich die Tasten einfach runtergespielt, wie bei einem Klavier. Und dadurch macht der Quick-Sampler jetzt die Samples natürlich auch immer tiefer. Und die habe ich in einem Achtelraster dann erst runterfahren lassen und wieder hochfahren lassen. Und das ist jetzt mit dem Quick-Sampler möglich. Was natürlich viel, viel mehr kreative Geschichten noch in Logic jetzt für die Logic-User möglich macht. Ja, wir können es uns nochmal ganz anhören hier kurz. Okay, also sowas ist möglich. Dann habe ich noch etwas rumgeschnipselt, habe noch ein bisschen Chirurg gespielt, zum Beispiel hier. Da habe ich die, habe ich Starter-Effekte manuell erzeugt, richtig oldschool. Ich weiß, ich weiß, manche mögen mich vielleicht belächeln dafür und sagen, das ist total oldschool. Und es gibt Plug-ins dafür, mit denen du das zerschnipseln kannst. Also wir haben hier übrigens auch den Remix FX. Den habe ich hier nochmal eingesetzt und rumprobiert und damit kannst du das auch automatisch machen. Aber ich weiß nicht, ich arbeite schon, was weiß ich, 15 Jahre mit Logic und auch so. Und mir ist das irgendwie manuell lieber, als mit so einem blöden Plug-in, dass mir das selber zerschnipselt. Und außerdem dauert es wirklich nicht lang. Ich habe einfach das Wort Wii zerschnipselt. Original ist es so lang. Ja, das ist Wii. Das habe ich einfach klein geschnitten oder nur ein Teil ausgeschnitten. Fade in und fade out gemacht und schwupps hast du diesen Starter-Effekt. Das ist eine Angelegenheit von, was weiß ich, von einer Minute, wenn du schnell bist. Und das geht viel schneller, als mit irgendeinem komischen Starter-Plug-in. Also von daher stutter ich lieber manuell, als mit so einem Plug-in. Und das habe ich hinten dann nochmal gemacht. Da habe ich es einfach verdoppelt. Hier ist es das Gleiche. Ich habe hier einfach auch die Sachen, diese Sample hier zerschnitten oder den Schnipsel hier noch kleiner gemacht und dann halbiert. Also ich brauche keinen Plug-in. Ich habe mir hier, habe ich hier Achtel gehabt oder habe ich hier oben orientiert einfach. Siehst du hier. Und dann habe ich das erst Achtel, dann Sechzehntel, dann Zweiundreißigstel. Ich habe es einfach immer kleiner geschnitten und das geht wirklich zügig. Also das ist manuell einfach zu machen. Was man zusätzlich noch machen könnte, da muss ich mal kurz die anderen Spuren einblenden. Was man zusätzlich noch machen könnte, ach so, die habe ich versteckt, wäre, wir könnten die natürlich auch noch nach oben pitchen, wenn wir jetzt mit Melodyne arbeiten. Und zwar muss ich dann die hier erstmal muten. Und ich habe es mit Melodyne jetzt hier nach oben gepitcht. Ich zeige es dir gleich mal. Okay, es wäre auch eine Möglichkeit, da kannst du dich austoben bis zum Gehtnichtmehr. Ich habe hier in diesem Fall das jetzt nicht mit dem Quick Sampler gemacht, dass ich dir auch mal andere Möglichkeiten zeigen kann, sondern ich habe es gesampelt oder aufgenommen in Melodyne, diesen Schnipsel, und habe ihn einfach über Melodyne hier nach oben gezogen. Und dann habe ich im Prinzip den gleichen Effekt wie vorher mit dem Quick Sampler. Und er transponiert mir das, oder er fährt dann die Tonleiter chromatisch nach oben. Okay, also du kannst sehr viel Spaß haben damit. Wenn du dich fürs Vocal abmischen interessierst, dann empfehle ich dir unbedingt eins dieser beiden Videos. Daher zeige ich dir auch, wie du Vocals professionell abmischen kannst. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!